Hi, wir sind Julien und Janine von Outfit46.de und heute gibt es für euch wieder die neuen Glieds des Tages. Ich fange auch vor Gessen gleich mal an. Und zwar haben wir heute eine Jeanshose für Damen von Best Connections. Das ist jetzt so eine Schlagjeans in so einem richtig schönen dunklen Dark Blue. Hier vorne haben wir so zwei aufgesetzte Taschen. Hier hinten das Ganze auch noch mal mit so bronzenfarbenen Knöpfen und hier nochmal den Schlag. Man kann das sehen. Und haben wir auch noch mit vielen Größen da. Was habe ich gesehen? 34, 36, 38, 40. Einfach mal in die Größentabelle schauen, was euch passt. Die gibt es bei uns für 9,99€ statt. Ihr spart hier also auch wieder 30€ und ich würde sagen, übergeht mal an Julien. Hier haben wir jetzt ein T-Shirt von Junkyard für Herren. Dieses T-Shirt gibt es bei uns für 7,99€. Das ist ein ganz klassisches T-Shirt in schwarz, vorne mit Junkyard-Logo und Mundhaltsausschnitt. Steht aus Baumwolle, ist also auch sehr pflegeleicht und ja, das war's dann auch schon. Okay, dann habe ich heute ein besonderes Highlight meiner Meinung nach und zwar den beliebten Puma-Wikis. Die gibt es bei uns heute wieder in den Dienst des Tages. Diesmal in Violett. Die kennt ihr ja schon wahrscheinlich. Die haben halt diese Plattformsohle. Die haben eine Soft Foamsohle innen drin, damit die mega bequem ist. Hier an der Seite halt dieses typische Puma-Design. Hinten das Logo. Hier das goldene Logo einmal. Hier vorne drauf ist es auch nochmal. Besteht aus Obermaterial-Echtleder. Innen ist es Textil. Die Sohle besteht aus Gummi. Ist halt so eine typische Waffelsohle. Und die gibt es bei uns für 34,99€ statt 9,60€, 95€. Ich halte die mal für in die Kamera. Und wir haben auch da wieder noch sehr viele Größen da. Ich habe mal geguckt. Wir haben 37, 38, 39, 40, 41€. Auch die halben Größen sind da. Also 37,5€ etc. Und ja, dann übergebe ich mal an Julien. Der ist schon ganz unruhig. So, jetzt hätten wir hier einmal eine Schienenhose von Sweet Skateboards. Hier einmal in beige. Ist auch eine klassische Schienenhose. Hat hier zwei Taschen vorne und zwei Taschen hinten. Lässt sich ideal kombinieren. Ist einfach eine Schiefgehose hier unten mit einem Beinabschluss, also elastisch. Eine ideale Passform. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Und diese Schienenhose von Sweet Skateboards gibt es bei uns für 9,99€. Einfach mal reinschauen auf www.outlet46.de. Okay, und dann habe ich jetzt was für Damen und Herren. Und zwar, wir kriegen jetzt die Zeit richtig viele Sonnenbrillen rein für den Sommer. Und unter anderem die Sonnenbrille von Junkyard. Die kommt hier mal raus für euch. Die kommt hier in so einen Brillenbeutel, damit ihr die auch immer sicher verstauen könnt, wenn ihr die gerade nicht tragt. Das ist jetzt ein Modell in weiß. Ein schlichtes Modell. Hier außen ist Kunststoff. Der ist also sehr robust. Könnt ihr einfach abwaschen mit Seife und Wasser, wenn ihr mal richtig wird. Hat hier relativ dunkle Laser. Einen Vorschutz von 400. Die gibt es bei uns für 9,99€ statt 29€. Also auch einfach mal 20€ günstiger als normal. Und den haltet nochmal so hoch. So. Guckt einfach mal rein. Gut, wir haben jetzt hier einmal ein paar Business Schuhe von Replay. Ja, ich dachte, das geht. So, danke schön. So, das ist jetzt ja ein bisschen unhandlich, aber das macht halt nichts. Diese Schuhe, die gibt es bei uns für 39,99€. Also ihr könnt ihr ordentlich sparen. Einfach mal vorbeischauen. So, für die Damen habe ich jetzt hier noch eine Strickjacke, beziehungsweise so eine Long-Carding. Das ist das von Best Connections. Der ist jetzt in so einem hellen Grau gehalten. Hat hier so ein bisschen überschnittene Schultern. Das heißt, dass die Naht vom Ärmel ein bisschen später anfängt. Die Ärmel sind auch nicht ganz so lang. Der ist auf jeden Fall schön weich und kuschelig. Sitzt auch relativ locker. Und ich halte das mal ein bisschen in die Kamera vor. Ihr könnt es erkennen. Das ist so ein richtig weiches Feinstrickmaterial mit Kaschmir drin und Wolle. Also, ne. Der ist auch dann nur in Handwäsche zu waschen. Also, für den Winter jetzt. Merkt, es wird noch mal richtig kalt. Könnt ihr damit auf jeden Fall noch mal schön wehren. Ja, zu guter Letzt hätten wir heute natürlich, wie die letzten Tage auch, einen Artikel, den ihr euch so in den Maren kompacken könnt. Das heißt, für 0€ gibt es hier einmal GLED Series Rasierschaum. Schützt die Haut, pflegt das Haut, erleichtert das Schneiden oder Rasieren. Gibt es bei uns für 0€, ab 19€ Bestellwert. Einfach mal vorbeischauen und das dann gleich mit einpacken. Also, 250ml Dose für 0€. Ja, warum nicht? Ja, dann nur eine Besonderheit noch. Und zwar haben für euch neue Versandkartons für alle vier Besteller. Gibt es jetzt extra etwas aufgehünftere Kartons, als die wir sonst haben. Ich zeige euch da ja mal von der Seite hier nochmal das Video hier drauf. Also, ne. Auch an euch legen wir immer so ein bisschen. Und ich glaube, das war's auch schon für heute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen am Donnerstag wieder mit neuen Dienstestages. icherheit, eins Et ph adoptersen Es gab's Dwww. Ja. Genau. Vielen Dank.